Der Prinz von Wales wird kanadische Dede und WW2-Veteranen sowie Angehörige der kanadischen Streitkräfte, Kadetten und Vertreter der Jugend treffen. Prinz William lobte den unglaublichen Mut der Dede-Soldaten, als er heute Morgen an einer kanadischen Gedenkzeremonie teilnahm. Der Prinz von Wales wurde im Juno Beach Centre in Coriolis-sur-Mer vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau und dem französischen Premierminister Gabriel Attal begrüßt, die dem Königlichen die Hand schüttelten, bevor sie zu ihren Plätzen gingen. William, der fünf Medaillen trug, stand auf, um eine Rede zu halten, und sagte, er sei geehrt, hier zu sein, um der Tapferkeit und Aufopferung der kanadischen Truppen zu gedenken. Er fügte hinzu, wenn man heute hier in friedlicher Stille steht, ist es fast unmöglich, den Mut zu begreifen, der nötig gewesen wäre, um an diesem Tag in die Wut der Schlacht zu rennen. Der Angriff am Dede bleibt die ehrgeizigste Militäroperation der Geschichte. Die Ereignisse dieses windigen, grauen Tages führten letztlich zur Befreiung Europas, aber sie hatten einen hohen Preis. Der Thronfolger zollte dann den Veteranentribut und fügte hinzu, sie alle haben Heldentum und Entschlossenheit bewiesen, die die Niederlage des Faschismus sicherstellten. Am Ende seiner kurzen Ansprache sagte William, Kanada und das Vereinigte Königreich stehen weiterhin Seite an Seite, wie wir es 1944 taten. 80 Jahre später sind sie noch immer genauso stark zusammen. Damit die Erinnerung an diejenigen, die für die Freiheit kämpften, weiterlebt, sind wir heute wieder zusammengekommen, um Danke zu sagen. Danke für unsere Freiheit und Danke für ihren Dienst. Dann sprach er den letzten Satz noch einmal, diesmal jedoch auf Französisch, Merci pour notre liberté et merci pour votre service. William, der oberstes Army Air Corps, der Kampffliegertruppe der britischen Armee, ist, trug seine Army Air Corps Krawatte, eine rote Mohnblume, seine drei Jubiläumsmedaillen, seine Krönungsmedaille und seinen Great Master of the Most Honorable Order of the Bess Hals Band. Zu Beginn der Zeremonie erhielt William einen königlichen Gruß von einer Ehrengarde, die aus Soldaten der kanadischen Streitkräfte gebildet wurde. Als Prinz von Kanada inspizierte der Erbe die Soldaten und lud Herrn Trudeau und den französischen Premierminister ein, sich ihm anzuschließen.